Auch wenn ihr euch das heute nicht vorstellen könnt, aber ich war ein hässliches Kind. Ich weiß, es hat sich nichts getan, aber mein Vater hat immer gesagt, der Bastian, der Bastian, der hat so ein Gesicht, das nur eine Mutter leben kann. Der hatte recht, ich war so beschissen hässlich, meine Eltern haben mir einen Kringel Fleischwurst um den Hals gebunden, damit die Hunde mit mir spielen. Und die Hunde sind lieber Vegetarier geworden. Und das war nicht mein größter Mackel, das waren die positiven Teile. Wisst ihr, was die echte Scheiße in meiner Jugend war? Ich bin ein Lehrerkind. Ein Lehrerkind Stufe 3. Stufe 3 heißt, meine Mutter war Lehrerin an meiner Grundschule, mein Vater war Lehrer an meinem Gymnasium und mein Onkel war der Direktor. Ja, das ist die Reaktion, die ich hören will, nicht lachen. Haben wir Lehrerkinder heute hier? Komm, echt nicht? Ja, oh, und ist das deine Freundin oder deine Pflegerin? Beide. Er ist nicht, wirklich, als Lehrerkind aufzumachen, das können die Leute nicht nachvollziehen, wie scheiße das ist. Stell dir vor, du sitzt morgens mit deinen Eltern am Frühstückstisch, fallst dir irgendwie ein Brötchen rein. Irgendwann stehen die auf, fahren zur Arbeit und du fährst mit? Das war meine Kindheit, wenn ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ey Papa, ich habe eine Fünf in Mathe, sagte mein Vater, ich weiß. Oder bei tausend anderen sagt mein Vater als Deutschlehrer beispielsweise, kennt ihr noch das Poesiealbum? Ihr seid also jungen, das war das Facebook unserer Generation, das Poesiealbum, ja schön, vorne mit dem Delfin drauf. Ich habe von meiner großen Liebe, Hannah Sommer, einmal das Poesiealbum bekommen. Ich habe das nach Hause getragen wie die Bundesland. Und dann habe ich zu Hause in Schönschrift Sachen reingeritzt. Hobbys, so Sachen, die Frauen mögen, so Ponys. Und habe das zu Hause gelagert und ihr am nächsten Tag gegeben. Und sie kommt einen Tag später auf dem Schulhof zu mir, zitternd, mit weißer Farbe im Gesicht und sagt, Basti, hast du mein Poesiealbum korrigiert? Nein, aber mein Vater! Und er hatte drunter geschrieben, vier Minus, Hannah, so sehe ich keine Zukunft für dich. Danke. Kuckuck, wenn ihr Spaß gehabt habt und vielleicht gerade im Klassenraum sitzt und euch den Arsch ablangweilt, hier oben draufklicken. Da sind noch spannende Videos.